ja hei willkommen mein name ist dann die welt und mein namens mittel mario master und wir begrüßen euch zurück zu der spade von country trottel fließt er hat es wieder richtig gesagt ich bin sehr stolz mit dich jetzt in folge sind wir ein bisschen mit der lore durch die gegend gefahren und haben unter wasser abenteuer erlebt und sind sehr oft sind sehr getrunken ja weil ab und könig schwimmen haben nicht so unbegrenzte luftreserven wie mario aber das tut nicht so sagen wir machen weiter mit tentacles bist du bereit dafür ja irgendwann sage ich mal nein nein noch mal kurz vor also weg also wälder gehe ich daraus mal zu machen ja ob da er macht alles kaputt bin er landet direkt die dreck diesen die land da unbeschmissen ja schon wieder ich habe langsam kein bock mehr auf wasser mein gott das ist ja auch so ein riesiger oktopus du bist du getroffen ich gebe aus dem bild meinet man verliert keine lehme mann doch mein gott diese musik kommt mir dazu bekannt haben wir auch ein bisschen aus einer klar aus dem country zwei glimmer skaleone um ein gott ich habe keine ahnung ich habe noch gar kein ist mit dem country 2 gestatten wo ich sehe wo wir getroffen werden ich war ich glaube auch ich glaube wir sind ertrunken kann es sein da sind so wenn die exkundieren natürlich so später irgendwie noch abwerfen wir werden tatsächlich ja aber bleiben sie gefälligst hier wir haben genug luft wir denken haben so schräg im abwerfen die kräfte füllt sogar als ich sehe einen trug ja unter was auch die klatschen aufmachen doch wir gegner ja verwandeln im herzen vielleicht mal machen meine anstelle jetzt natürlich nicht so war beide irgendwie nicht verrecken aber okay oh gott in den ausreichend ich bin irgendwie voll froh wieder luft zu haben trinkst ja jetzt nehmen wir haben noch keine einzigen doch doch damals habe ich gleich gemerkt oh mein gott von hallo das kotolo ist ein oktopus ich war irgendwo in der wand und da war ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube die kraken musste pinkeln kann das sein ja war das für mich angefasst damit zu den schaden für mich übernimmt irgendwo gleich nach rechts da kommt irgendwann gehen was mir die ahnen gibt mir dann ist nur wegen die geburt so gut war dann habe ich noch nicht warum hat es nicht werfen hat sich durchgegangen wenn ich weiß ich wusste vom schwarzen ist ja nur eine riesige riesige wand voller schwarzer dunst das ist tödlich ist es das auf der welt müsste ich ja nirgendwo anfassen wenn das und weiblich was millionen ist wegen ich finde ich viel geschehen leben aktiv gibt mir deine hand ich bin ich anfassen ich muss gehen das ist echt scheiße von häniken wir können euch so eine hektik machen hier können wir nicht machen weil ich tausend mal größerer ob der post als wir ja also noch tausend mal größer als wir vielleicht so gefährlich sein jetzt auch damit das geht aber weiter ich bin fast sicher wir sind beide nicht sicher ist der oktopus in dem fass mache ich sicher ich finde ich auf jeden verschiedenen ebene ich mich auch deswegen kann man allein geben hat ich will nicht anfassen der bestimmte andere ich bin ich erwarten ja tipps oder was weiß ich nicht mich zu sehen jetzt gehe ich immer gegen hier rein aber dann haben wir noch was ist ein buchspiel werden können oder reicht das ist der checkpoint perfekt man sieht es sieht uns nach ja ich glaube wir machen nur noch die lukie sein ich bin sehr stolz auf dich die 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 meine seite ist völlig meins würde sie schon über meinen fuß direkt vor der nase weg stehlen auch er hat sich gebitzt wir müssen die kinder verwandeln jemand gemerkt hat auch wenn die jahre klatschen tun wir jetzt mal auf klatschen genau weil du wirst du warum weil wir bros sind ja im rysten weiblichen karakter spéen ja ein bisschen groß ich will ich finde es echt gut wenn wenn du auch im wirklichen dem einbruder wäre es wirklich cool finden okay zusammenziehen damit wir hier jeden tag ja ja das ist voll cool weil ich da nicht spende ich meine zeit glaube ich warum fährst du nur so und wir müssen wieder fliehen auf nach oben ein turbo antrieb aktiviert ich musste flüchten ich muss zu meinem fluchtwagen wenn du schon ins wasser springst jetzt lässt du mich schießen das vollgebracht ich glaube ich war da sind ja wie geht denn das ich habe keine ahnung und der wird von mir dagegen da wurden wir durchbohrt sein mächtigen riesige tattakel sie haben sich gerade so mitten in unsere allerwertesten reingebohrt nee das sollte ich lieber nicht sagen wie los oh man diesmal nicht dagegen fahren tschüss nein nein dieser fucking octopus vielleicht wird auch nichts passiert und will er uns überhaupt ans leder werden wir haben nichts getan naja irgendwie soll gesamte tierreich irgendwie auf uns wütend ja nur weil oh mein gott nur weil wir die könige des dschungels sind wenn man glaubt das wasser wird auch mehr leichter kann er gar nicht überleben manchmal normale kann kann dann kann doch in solchen sechten was er gar nicht überleben das ist eine normale kranke each hat okay wo sagen musste da machen okay ich drücke ich Papier ich wollte drücken du sausack aber immerhin haben wir alle kongu stamm gefunden aufs neuen abenteuer zu neuen welt neuen viechern die uns töten wollen ich hoffe dass das ist mal dass jetzt mal bei frank jahren kommen ja ja frankies kram kiste wollen wir vorbeischauen wir müssen unsere hart erarbeiten münster ausgeht war da mal gestanden mit 90 leben jetzt haben wir wieder 40 30 wir holen uns mal ein paar sauerstoff balance zwei stück dann können wir länger unter wasser bleiben ohne luft zu holen fragen sie die ja weg oder weiter fiesta kam okay das scheint wieder wieder über was zu sein hoffentlich ich habe ich habe so langsam kein bock mehr auf unter wasser fiesta kam das war ja ja ich werde zwei leben direkt weg ja jetzt noch mal vernünftig was hat die an ich wollte es noch mal anfassen ja ja ich bin nicht sicher dass keine leise ja ich bin ja 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 ich bin es auch beinahe ich bin genau das schon mal aber mein lieblingsspiel und ich habe dann gewonnen ist gesehen ich habe die ganze geschossen wie ein gefloppt dafür die hand was neu zu spielen ja ich habe auge ja da habe ich also glaube ich das kaputt machen oder das spielte kaputt gemacht verdauern war wohl schon sagen was machst du jetzt spiel Aua! Meins. Geh weiter. Was ist das? Was ist davon? So, komm her. Ich wollte dich auch, Mann. Doch, in diesem Spiel bin ich öfter gestorben als du. Das kann sogar sein. Ich bin einfach, weil ich instant scheiße bauer. Oh? Ja. Lacht. Ja. Uh. Wieso? 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 Du Schwanz. Was? Okay. Und wir bringen uns zusammen mit dem Tod. Nein. Ich weiß ja schon, wenn ich den Tod sein muss. noch ein bisschen so viele meins wir waren für geschossen mit einem film zu schießen wir sind natürlich so wir ja 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 also es war was hat ein feier nach der osterhase das ging es mal größer geworden ja wir haben alle kunden buchstaben gefunden er ist bereit für die leise fahren und meine damen und herren und ist auch schon ja sicherlich praktisch in der schoss für kurali gali sind sie bereit dafür ja ich muss die fragen wo ich ganz sicher bin sind sie ganz sicher ansonsten lag ich das jetzt nicht ein weil sie wirklich die level spielen die sie ausgewählt das ist immer auch wieder zu fassen ich habe gedacht man kann irgendwie fische ein okay ich dachte erst mal konnte die fische da aufnehmen irgendwie so abruhen werfen und da auch gar nicht gewesen mit bevorenen fischen auf leute werfen das sind verdammt schmerzhaft seien ja so schön so schön unter wasser die aus in meinen gelett antrieb quatsch jetzt deodorant oder die sind der wettbewerb tut deodorant gemein hat sprühen lass mich aus dem ich habe ich gerade vom ertrinken in dem ich nicht angefasst habe ja weiter war die gleiche luft glaube ich wir haben nicht die gleiche luft wir haben noch zwei gleiche an ich bin nicht gestorben ich bin nicht gestorben klopft aber was soll aua okay nicht man hilft jetzt auch natürlich jetzt war wieder unter wasser ist schön nein ist es nicht wasser ist schön das ist nicht wasser ist toll du liebst du hast schon genug was meine mitte überlebt er hat auch noch ein bisschen weil ich ja ist das mittendrin ausschläge dagegen ich hatte in randalia bis in randalin doch immer jetzt wer hat irgendjemanden mülltonne nicht anzünden kann weil in dem ghetto in dem ich hier lebe betrieb ghetto jetzt reden wir hier wie im getaway in der kette habs der kettos jana denn es gibt hier in deutschland kommen sie das stimmt nicht muss ja luft war da die blasen geben gut natürlich jetzt weiter rechts glaube ich habe es gesehen das glaube ich nicht in 3d jump runs geht es vorwärts aber das ist kein 3d das ist zwar also was auch was auch ja ja das ist das erste mal dass ich das ist verkauft aber egal können wir nicht noch ein aber eine unerwartete wendung ereignisse ja okay so total ein bisschen bei den tagen nicht mit mir wo ich doch mal durch den zungenkuss geht das ist hier mit einer luft er kommt steckenheit als mutter ja das sehe ich ja das ist das geht das ist ich wollte also von unten da rein tauchen und das ist ja wenn man stachel und stachel fisch mit stacheln putz italien da sind wieder auf der weltkarte werden gehen aber irgendwie schnell habe ich sagte für die level schon gleich beim boss ja wir sind schon mal ein boss fisch und schimpf wir haben keine minute mehr zeit na gut dann würde ich mal sagen diesen post werde ich im nächsten fall angehen ich bin ja alleine da kann ich ja zurück gehen du kommst mit mir leiden ja okay da kann man ja gut bis dann und tschüss